Kamp hier ist doch gar keiner mehr doch die Stelle da draußen aber egal, wir laufen jetzt die Königin Go to Number One Numbert Go to Numbert an der Röntgen-Gesichtung, das ist da gar nichts durch und du musst die erst anmissieren dann kannst du hier auf die andere Seite die da... wir sind welche komm, der Hund trennt euch hier hinterher Ratet, ich werde mich gleich Ab ihn Ich sterbe, tschau Oh, der große Schicht-Rakete Oh, der große Schicht-Rakete Oh, der große Schicht-Rakete Er ist auch gerade terminiert Ach du Schein Und ich auch Oh, nice Let's die Die Dann we Can then wo weißt du denn , unter Stimmt Stimmt Mitten in mein Gesicht St 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 Jo, ey. Müsst wir noch auf ihn warten. Ah ja, guck mal, er ist im Boden. Ah, da ist er ja. Oh, es regnet. Ja. Okay, Flintenlaufen und ihm. Alles in der Kategorie ablegen, ne? Ja, ich habe schon eine Gaspask auf. Warum war ich da eigentlich kontaminiert? Für... New Bikes? Warum new? Ja, weil wir ganz etwas eine haben. Ach so. Er hat gefragt, how do you get? Also, ich dachte jetzt, dass du ein neues Fahrrad hast. Aber... Hättest du mir dann bestimmt dann erzählt, oder? Ja. Ja. Du weißt ja, maulzig erst mal. Alter, es regnet in Sträubern. Selbstklebend, okay. Hä? Textil. Ich höre einen großen. Ja, hier ist auch ein großer in der Nähe. Ich sehe ihn. Der ist da hinten. Oh Gott, das ist ein Militär. Direkt rechts von dir, ne? Er hat es gesehen. Stimmt. Der Zerstörer... Warte, was? Der Zerstörer aller Verbündeten. Das ist doch sehr... Guck mal, weißt du, unten links ist der Hangar. Der war vorher immer auf dem Berg. Der sollte fast... Der sollte fast kaputt sein. Ja, der ist fast kaputt. Warte. Nein, der ist 100%. Er sagt, der ist wieder 100%? Ach, komm mal, wir hatten doch schon mal fast da unten. Oh, hier sind zwei. Ja. Nee, der rechts... Der rechts, den meine ich. Der hier hinten. Der sollte fast da unten sein. Ich hatte gerade anvisiert. 98%. Das ist ein Vierbeiner. Der kommt direkt in unsere Richtung. Und der auch. Nee, der nicht. Der da hinten aber. Oh Gott! Oh, ne. Oh, nicht... Nee, der hat euch nichts getan. Der hat euch nichts getan. Der rechts von euch. Not him. Toll. Jetzt haben wir zwei auf uns gehetzt. Der rechts von euch ist das. Ihr habt gerade unnötig den zweiten auch noch gerufen. Aber der kam so... Der hat uns so oder so eliminiert. Oh Gott. Die kriegen wir nicht. Die sind so... Ah! Das sind drei! Das sind drei Stück. Three of them. Ich wollte ganz kurz meinen Raketenwerfer. Oh, hier kommt auch noch einer, Alter. Ich habe zu hoch exklusive Mehrzweck geschlossen. Dranatenwerfer habe ich auch. Alter, was denn hier los? Aber drei Stück. Ich komme zurück. Ich vernehme ihm Gesicht. Oh, f**k. Oh, f**k. Das sind vier. Oh, jetzt steht der Hättere auch noch. Ich hab keine Muni mehr für die Große, wir sind verloren. Ja, voll in sein Gesicht, Alter. Die schießen aber noch auf deine Leiche, das ist gut. Ich bin gar nicht mehr da. Die schießen immer noch. Die schießen gerade auf dich. Ja. Irgendwo. Ach, ein Johnny ist auch noch da, ja genau. Wenn das hier schon übertrieben genug ist hier. Warum gehen wir nicht einfach zum Unterschliff von Luftwaffenstützpunkt, der jetzt noch näher dran? Ja. Alter. Meine Art wird schon so... Wie ist der gestorben? Wahrscheinlich durch eine Rakete. Nein. Einfach so. Was? Ist der jetzt falsch gespawnt? Ah, hier ist er ja. die Beine von Waffen er hat das Ding ist wieder zu er hat die Stunde er ist wieder aufgefüllt auch Granaten noch auch Konrad zu oh, alles gut hier ist ein Fahrrad lass mal mit dem Fahrrad über den Dicks fahren über hier die Dingens über den Startplatz danke schön da ist er im Out okay gg gg na komm oh, naja es hat aber Spaß gemacht mit dem hey, wir fahren nicht mal auf der Startbahn gucken, wie schnell man hier werden kann sie macht sich 83 85 86 sie macht sich 88 9 9 ok, es ist schwer zu strampeln strampeln? wir fahren ah, wir fahren gleich direkt auf der Brücke zu das ist gut oh, hier ist ein Zaun äh oh, muss jetzt eh absteigen machen wir den einen Trick von oben nochmal, ne? ja hier kann man durch, oder? ne, doch nicht das wäre jetzt gewesen oder hier? ja, hier kann man durch ne, doch nicht schade ich höre die da immer noch stampfen, äh ah, hier drüben aber komm, glaub ich drüber warte wie ist das aus, so wie ist das aus wie ist das aus wie war mein Spring nein ach, komm man ach, komm man ach, fuck ich komm wir müssen wieder ganz da ach, unten oh, die Beine riesen sind aber weg nice hier kann man durch, oder? oh, die Beine riesen sind aber weg ich bin wieder bei den Dingels die sind weg hier drüber ja, ich bin auch weg bei dir wieder äh, die sind doch da die sind vor deiner Haustür, ne? ja, so ungefähr äh, warum macht das das macht keinen Sinn schon wieder, wenn man zwei Markierpunkte setzt ach so, du hast das da hinten? ein Markierpunkt ist noch ihr seht mich nicht nö oh nein, die Drohne genau als wenn mich die Drohne aus dieser Entfernung sieht ich bin drüber äh Far forest, Far Far forest die arme forest eigentlich konnte der Gump mein Name ist Gump Far forest Gump da drüben ist der Weg da ist der Weg da ist der Weg der Weg führt nämlich direkt da ja, genau, kann noch ein paar Johnnies ist klar weil wir fahren dann direkt über die Brücke, ist das schön, ne? aber vor der Brücke ist ein Manns da, ne? da ist ein Hunter, wo du jetzt langfährst ja, ich seh'n auch und ein großer zweibeiniger ja, den seh' ich auch das ist aber orange, ne? ja, du hast immer im geh ist denn und dann was weiß ich noch nicht was man hier nicht alles tut er ich bin da immer in Gang ja, ich auch ich fahre grad übern Berg da ist noch einer, ne? ja, das ist ein Vierbeiniger ja ich seh sie alle ja vom Pfad geflogen wenn ich vom Abgrund falle ach da oben ist die sie steht direkt vor der Brücke oder ich bin nur im Abbaumgang er dreht sich zu mir um bin ich da ich bin da er hat mich doch gesehen ich konnte mich aber schon wieder übersehen so schnell ging es so schnell geht das ja ja Kaffee immer ganz kurz und schnell in das Haus rein ja hast du ein Funkgerät was falls sie schon ist kommen jeder rein jeder rein ich komm zu dir ich komm zu dir cooles Haus hier sind noch mehr ne Johnnies ja Drohne du siehst mich nicht 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 Kaffee Alter ich hab's doch geschafft ich versteck mich hier im Badezimmer ja okay so Kaffee ich bin hoch und der große ist auch hier das wird noch was das wird noch was